ARD Text im Auftrag von Funk Ach, Chilli, Chilli, um das ein bisschen auf die menschliche Ebene zu bringen, würde ich dich gerne schnell integrieren, so. Oh! Ich werde mich drei Tage nicht waschen. Machst du das nur bei Zürcher oder generell? Generell, ja, ich mache keinen Unterschied. Ich denke, wir sind aus dem gleichen Material geschaffen. Wahrscheinlich gibt es ein paar Leute hier draussen, die dann Unterschiede machen, damit sie dann profitieren. Findest du, ich müsste auch so einen Abend machen? Entschuldigung, das war jetzt frühlingsbedingt bei mir. Ja. Haben wir eine Kamerafrau? Nein, wir haben keine Kamerafrau. Wir haben nur drei Männer hier. Extra. Jetzt. Wenn ich auf der Strasse spassiere, meinen Sie, ich will drögenidille? Wenn ich mit kleinen Kindern spiele, meinen Sie, ich sei Pädophile? Ah, die Menschen schauen mich hier an, als wäre ich ein Orang-Utan. Ich bin der böse fremde Mann. Ich bin ein Ausländer, eine Immigrant. Weit weg von der Heimat in einem fremden Land. Ich bin ein Ausländer, eine Immigrant. Weit weg von der Heimat in einem fremden Land. Tschüss. . . .